Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal ein etwas anderes Video. Ich würde es eigentlich Bücherhall nennen, aber ich habe sie mir jetzt die Bücher quasi nicht direkt gekauft, denn es ist in meinem Leben wirklich mal passiert, dass ich bei einem Gewinnspiel gewonnen habe und ich dachte mir, ich muss euch diese ganzen Bücher einfach zeigen. Es sind 15 Bücher vom DTV Verlag, wo ja auch noch Reihe Hansa dazu zählt und ich habe mich so gefreut, als ich dort die Nachricht bekommen habe, dass ich einfach ein Buchpaket gewonnen habe. Ich habe noch nie Bücher gewonnen, deswegen ich war so voll, ich habe mich so gefreut und dann kam eben dieses Paket nicht und dann habe ich schon Sorge gehabt. Es kommt gar nicht mehr, aber es ist jetzt angekommen und zwar hat der Verlag quasi einen Geburtstag gefeiert und hat dann eben aus den Jahren ihre 15 besten Titel quasi als Buchpaket verschenkt quasi, beziehungsweise ja eben als Gewinn. Und ja, wie gesagt, ich bin mega glücklich, dass ich eins gewonnen habe. Ich habe hier das große, schwere Paket. Ich freue mich, ich zeige euch jetzt die Bücher. Ich hoffe, es interessiert euch, denn es ist ja trotzdem ein Neuzugängervideo, denn ich meine, die Bücher sind jetzt halt alle auf meinem Suppen. So ist das jetzt nicht, aber wir haben auf jeden Fall Kinder- und Jugendbücher und ich liebe ja Jugendbücher, DTV sowieso sehr gerne und was kann es besseres geben als ein Buchpaket. Und wir legen los mit dem ersten Buch, auf das ich mich am meisten freue, denn ich wollte es mir schon ewig kaufen, vor allem für den Urlaub und habe es dann immer nicht gemacht. Habe mir dann dieses Jahr gedacht, jetzt kaufst du es für den Urlaub und dann habe ich das Paket gewonnen. Und da war einfach dieses Buch da drin. Und zwar handelt es sich um den ersten Band von Jenny Han, Der Sommer, als ich schön wurde. Dazu gibt es ja auch eine Serie. Ich wollte dieses Buch schon letztes Jahr lesen und ich freue mich jetzt so, so wahnsinnig hier drauf. Ich weiß nicht, ich glaube, ich werde euch die Texte einfach einblenden, weil ich rede immer zu viel und zusammenpasse ist nicht so meine Stärke. Deswegen werde ich euch immer den Text einblenden. Dann könnt ihr gerne stoppen und lesen. Auf jeden Fall haben wir dann wieder einen neuen Reihenanfang, aber ist egal, dieses Buch kommt auf jeden Fall in meinen Koffer für meinen Urlaub. Dann haben wir noch dieses Buch hier von R.J. Palazio und zwar Wunder. Da gibt es ja auch einen Film dazu. Ich habe damals tatsächlich mal den Trailer gesehen und wollte den Film irgendwann mal gucken, aber irgendwie bin ich nie dazu gekommen. Und jetzt habe ich eigentlich das Buch und kann das Buch lesen, worüber ich mich auch sehr, sehr freue. Ich denke mal, es wird auch sehr emotional. Hier ist halt auch nicht wirklich ein Text, den ich euch einblenden kann. Meistens sind die Texte hier drinnen halt auch einfach besser, als das, was hinten drauf steht. Und auch hier freue ich mich sehr darüber, das zu lesen. Dann haben wir ein Buch, das hatte ich tatsächlich schon, habe es aber nicht gelesen und habe es erst vor kurzem tatsächlich aussortiert, weil ich damals den Film geguckt habe und jetzt meinen Sub reduziert hatte. Und dann habe ich das Buch aussortiert, weil ich mir so dachte, komm, ich habe den Film gesehen, der war schon emotional genug. Du brauchst jetzt nicht nochmal das Buch lesen. Das war auch damals ein gebrauchtes Buch, das sah halt nicht mehr so gut aus. Deswegen jetzt habe ich es halt wieder. Das ist einfach das Zeichen, dass ich das Buch doch lesen soll. Aber ich habe es jetzt natürlich ganz neu und ohne Makel. Und zwar eben Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green. Sehr, sehr traurige Geschichte. Auch sehr, sehr trauriger Film. Ich werde mich dem Buch irgendwann mal hingeben. Es ist natürlich sehr traurig. Deswegen muss man dafür auch im Mut sein. Da drum geht es. Aber ich denke mal, man kennt die Geschichte. Dann kommen wir jetzt zu einem Buch, das bei uns tatsächlich hier mittlerweile zur Schullektüre gehört. Und zwar Nenn mich nicht Ismael von Michael Gerhard Bauer. Da geht es auch um Mobbing. Und wie gesagt, ich weiß bloß, dass es bei uns sehr viel gekauft wird aufgrund von Schullektüre. Und auch hier muss ich sagen, klingt wirklich tatsächlich ganz gut. Ich habe mir das Buch nie angeguckt, weil es mich vom Titel her oder vom Cover nie interessiert hat. Aber es klingt wirklich gut und ich glaube, es ist eine gute Lektüre. Und hinten steht auch drauf, die perfekte Gebrauchsanweisung gegen Mobbing. Gerade heutzutage ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, sowas vielleicht mal zu lesen. Dann kommen wir zum nächsten Buch. Und zwar ist das dieses hier von Will Hill After the Fire. Ja, auch dieses klingt so gut. Ich weiß gar nicht, was ich alles jetzt zuerst lesen will. Natürlich steigert sich mein Supp jetzt wieder ins Unermessliche. Aber ganz ehrlich, ist mir egal. Ich freue mich auf diese Bücher. Tatsächlich steht hier hinten immer nicht viel drauf, deswegen muss ich euch den Text drinnen einblenden. Aber ist ja nicht so schlimm. Auch das habe ich schon öfters gesehen, aber mich tatsächlich nie groß mit befasst. Und auch hier freue ich mich sehr drauf, denn es klingt richtig spannend. Dann haben wir noch ein Buch, das klingt auch richtig gut und ich freue mich jetzt richtig drauf. Ich habe von dem Buch tatsächlich noch nie was gehört und bin richtig gespannt, wie es sein wird. Und zwar ist es auch eine Reihe, METO, DAS HOUS von Yves Grieft. Und ich muss sagen, es klingt wirklich interessant. Schon dieser kleine Text hier hinten fesselt mich voll. Und ich glaube, es könnte sehr gut sein. Tatsächlich glaube ich, dass ich es demnächst gleich lesen werde. Dann haben wir ein Buch, wo ich auch weiß, dass es auf jeden Fall immer ein Bestseller ist und war und wie auch immer. Und zwar Sophies Welt von Joe Stein Garda, Roman über die Geschichte der Philosophie. Das klingt tatsächlich auch interessant. Auch hier habe ich das Buch, habe ich mir eigentlich nie groß angeguckt. Ich weiß, der Mann hat es gut verkauft, aber ich habe es mir nie groß angeguckt. Aber jetzt, wo ich mich damit befasst habe, klingt es wirklich interessant. Es ist relativ dick, muss ich sagen. Also es hat über 600 Seiten, aber vielleicht ist es ganz gut und ist auch sein Bestseller wert. Bin ich gespannt drauf. Dann haben wir noch dieses dünne Buch von Jen Teller. Nichts, was im Leben wichtig ist. Das ist auch nur ein ganz kurzes, dünnes Buch, aber klingt auch sehr interessant. Und darum geht es. Ich bin gespannt, was mich hier erwartet. Kann es noch nicht richtig einschätzen, aber vielleicht ist es ganz gut. Dann haben wir noch dieses Buch von Jason Reynolds, Ghost, jede Menge Leben. Und auch hier weiß ich noch nicht so ganz, was mich da erwarten soll. Aber es klingt auch sehr spannend. Es ist jetzt auch relativ dünn. Und ich bin gespannt, was mich hier für eine Geschichte erwartet. Dann kommen wir jetzt auch eher zu Kinderbüchern, aber was für mich ja kein Problem ist. Ich lese sowas ja auch voll gerne. Wir haben jetzt aber hier noch ein Jugend-Fantasy-Buch. Und zwar Endling, die Suche beginnt. Ich glaube, es ist auch eine Reihe. Ich bin mir jetzt unsicher gerade. Ich weiß es gerade nicht mehr, aber auch hier sieht das Cover sehr, sehr schön aus. Und auch das klingt sehr gut. Irgendwie kommt mir das so bekannt vor. Gibt es dazu noch eine Serie oder einen Film oder verwechsel ich das einfach? Aber auch hier bin ich gespannt. Dann haben wir noch eine kleine süße Lektüre. Und zwar Sandalenwetter von Ute Wegmann. Klingt auch richtig cute für den Sommer. Einfach was man so schön im Liegestuhl lesen kann. Dann ist es nur so ein dünnes Buch. Aber es klingt einfach süß und witzig. Und ich denke mal, es unterhält mich mal für eine kurze Zeit. Dann haben wir noch den ersten Band von die Blaubeerdetektive Gefahr für den Inselwald von Berti Kivinen. Auch hier muss ich sagen, das klingt richtig süß. Deswegen werde ich es definitiv auch wahrscheinlich mal lesen. Und wir haben hier das hier. Und es sieht auch ganz süß aus. Hier hat man noch eine Karte drin. Und ach, ich finde es einfach süß. Dann haben wir noch dieses Buch hier. Ella in der Schule von Timo Pavela. Vielleicht werde ich es jetzt meiner Kollegin geben. Mal schauen. Aber auch das klingt irgendwie so lustig, dass ich vielleicht auch einfach selber mal reinlese. Wir haben ja auch noch ein paar Illustrationen mit drin. Einfach cute. Dann haben wir noch eins, das klingt auch sehr schön, finde ich. Und zwar Vier Wünsche ans Universum von Erin Entrada Kelly. Hier ist auch ein Sticker vom Deutschen Jugendliteraturpreis drauf. Und auch hier finde ich, irgendwie klingt es süß. Es ist relativ dünn. Ich denke mal, es lässt sich auch schnell lesen. Aber auch hier muss ich sagen, klingt sehr, sehr gut. Und dann kommen wir tatsächlich schon zu dem letzten Buch. Auch hier, das werde ich wahrscheinlich meiner Kollegin geben. Aber trotzdem finde ich es cool. Und zwar Der Zahlenteufel. Ein Kopfkissenbuch für alle, die Angst vor der Mathematik haben. Ehrlich gesagt, ich blicke hier noch nicht so ganz durch, was das für eine Geschichte ist. Es ist auf jeden Fall irgendwie eine Geschichte. Aber mal schauen. Vielleicht liest du es auch selber. Man weiß es ja nie. Aber das ist der Text. Und ich weiß tatsächlich wirklich nicht so richtig, was hier dahinter steckt. Aber mal schauen. Und das waren die 15 Bücher, die in diesem Paket waren. Wie gesagt, ich habe mich so unfassbar gefreut. Einfach, weil ich, wie gesagt, noch nie Bücher gewonnen habe. Und dann habe ich einfach gleich so ein Riesenpaket gewonnen. Von einem meiner Lieblingsverlage. Und ich habe mich so gefreut. Ich habe mich wirklich unfassbar gefreut. Und habe jetzt natürlich wieder auch einige Bücher auf dem Sub. Aber so ist das, ne? Kann man nichts machen. Trotzdem freue ich mich, wie gesagt, wahnsinnig. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und ich hoffe, ihr lasst meinen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und falls ihr ein Buch davon schon gelesen habt, könnt ihr mir ja gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns hoffentlich zu meinem nächsten Video wieder. Tschüss.